Wer ist der Meister hier im Haus? Das ist der Schulhausmeister Klaus. Wer weiß die Maus keinen Faden ab? Hausmeister Klaus macht niemals schlapp. Was macht der Schulhausmeister Klaus? Er guckt sich um und findet's raus, wo was kaputt gegangen ist und ob ein Schüler sich verbisst. Wo wohnt der Schulhausmeister Klaus? Auf keinen Fall im Gartenhaus. Draus hält's nun schon ja ein Jahr aus, im Penthaus mit dem Schulhaus aus. Von dort guckt Schulhausmeister Klaus zum Schulhof aus, dem Fenster raus. Wo Penthausfenster hat er schlicht nach draußen immer gut gesucht. Reißt einer dreist mal Blumen aus, den schmeißt der Klaus zum Schulhaus raus. Der coole Schulhausmeister Klaus kriegt meistens dafür auch Applaus. Wer ist der Meister hier im Haus? Das ist der Schulhausmeister Klaus. macht niemals schlapp. Was macht der Schulhausmeister Klaus? Er guckt sich um und findet's raus, wo was kaputt gegangen ist und ob ein Schüler sich verbisst. Wo wohnt der Schulhausmeister Klaus? Auf keinen Fall im Gartenhaus. Klaus hält's nun schon ja ein Jahr aus, im Penthaus von dem Schulhaus aus. Von dort guckt Schulhausmeister Klaus zum Schulhof aus, dem Fenster raus. Von Penthausfenster hat er schlicht nach draußen immer gute Sicht. Reißt einer dreist mal Blumen aus, den schmeißt der Klaus zum Schulhaus raus. Der coole Schulhausmeister Klaus kriegt meistens dafür auch Applaus. Wer ist der Meister hier im Haus? Das ist der Schulhausmeister Klaus. Da beißt die Maus keinen Faden ab, der Schulhausmeister macht niemals schlapp. Da beißt die Maus keinen Faden ab, Hausmeister Klaus macht niemals schlapp.